Hallo und herzlich willkommen auf THC's Game Channel. Ich bin THC. Und ich bin Buck. Wie spielen? Herkules. Ist das noch ein anderer Name? Nee, ich glaube... Eigentlich ist es nur Herkules, ne? Ja. Eine wunderschöne Produktion von Disney. Die hatten damals noch keine Untertitel. Unter... Untertitel. Ist das auf Englisch? Aber sollte ja kein Problem sein. Ich glaube, da wird auch nicht so viel Text vorkommen. Beziehungsweise geschichtenmäßig. Stell es auf Hardcore, bitte. Wenn es den Schwierigkeitsgrad gibt. Auf Insane? Ja. Auf so richtig krank. Psychomäßig. Auf Japan. Stell es auf Japan. Nicht auf Korea. Passwörter. Es gibt also kein Speichersystem. Das ist doch um das Passwörter. Ergeben wir Optionen. Spiel. Willst du Eier beweisen? Weniger als 2 geht nicht. Mehr als 4 geht nicht. Und Schwierigkeitsgrad? Herkulisch. Nimm 4 Leben und Herkulisch. Okay. Soundsteuerung. Soundsteuerung. Und schon. Ja, dann würde ich mal sagen starten, ne? Na gut. Sag mir nur eins. Dicke Filmsequenzen. Die Szene kenne ich sogar. Ernsthaft? Ja. Vom Film oder was? Ja. Die produzieren doch nicht extra so eine Zwischensequenz wie das Spiel. Damals war das noch nicht so. Oh, vielleicht haben sie sich auch auch sehr seltsam. Keine Ahnung. Obwohl es doch... Recht alt auch so. Komm, guck mal. Wie alt ist denn so ein... Wo ist denn die Handlung? Weiß ich nicht. Was geht da gerade so, ist doch wie ich jetzt? Ich höre es kommen. Wie bitte? Ja, dann ist ja egal. Und dann spielen wir halt ohne Sound. Wir gucken uns einfach das Video später an, an dem wir es ja. Ja. Und verstehen wir die Story im Nachhinein. Ja. Aber was ist denn... Was kann man denn hier ändern? So Schädigkeitsgrad mäßig. Was kann denn schwerer werden? Das weiß ich nicht. Kommen da solche Gegner mäßig oder so? Wow. Ich habe drei Tasten zum Schlagen. Für den gleichen Schlag? Nee, ähm... Einmal mit dem Schwert. Dann halt... Ein Kinnhaken. Und... Und in den Wagen so. Du musst du die machen? Weiß ich nicht. Das macht aber Spaß. Okay, manchen Dinger kann man nicht im Spuren-Bunds-Bunds-Bunds-Bunds-Bunds-Bunds-Bunds. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso wird hier kein Text ge... Ge... Info-Text? Ich glaube, das ist, weil du den Schwierigkeitsgrad... ...zu hoch hast. Glaube ich. Ich glaube, es ist dann sonst immer ein Text zu bringen. Bestimmt. Was du drücken musst, mindestens. Ich weiß, warum es da irgendwie hochkommt, aber... Ah, man kann sogar... Aufladen. Sehr schön, aber... Hm, das regne ich jetzt aber auch, dass ich... Ich glaube, du musstest die hier von oben zerstören. Du konntest, glaube ich, stampfen oder so. Irgendwie so war das. Siehst du? Damit hast du die... Dann habe ich es schon mal verholt. Das wird nichts, das Spiel. Eineinhalb Stunden bekommst du den G-Skin. Puppen halten hier schon mehr aus, glaube ich. Was? Witzig, nicht alle? Waren noch zwei. Ich glaube, das Schwert ist das effektivste. Das hat nur so range, ne? Hm? Okay, wie man sieht, bin ich jetzt hier nicht der... ...beste Herrbüller? Nicht der Skelligste? Ich weiß gar nicht, wie ich da hoch bin. Der wird gar nicht hoch. Was machst du da? Hol dann schwer! Bäh! Was mache ich denn? Du bist gleich tot. Hm. Hast du doch zu viel vorgenommen mit Herkulich? Ja, manchmal bleibt er da, manchmal nicht. Hm. Ja, Tutorial-Level. Jetzt hast du noch drei Leben. Ja, passt. Ich krieg dir vielleicht ein Leben wieder. Guck, und hier ist jetzt so. Ach so, ich muss auf den Hinteren warten. Hm. Mein Trainer ist halt nicht so gut. Ich glaube, ich schlappe mich lieber einfach mit Schwertschuld. Bäh. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration! Uuuhu. Ich glaube, wir müssen die Passwörter gleich aufschreiben. Du wirst noch oft sterben. Schätze ich. Ja. Ich hab nur keinen Stift. Ich suche vielleicht einen. Einmal warst du kurz da drauf. Ja. Okay, er fand nichts. Wer geht da down? Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Endgegner besiegen kann. Ja. Ob Herkuläsch die richtige Wahl war? Anscheinend bin ich so der Halbgott. Ja, vielleicht würdest du vielleicht doch den Fähigkeitsgrad heruntersteigen. Ich glaube, er hat mehrere Waffen, wenn hier ein Schwert angezeigt wird, oder? Bestimmt, oder? Bestimmt, oder? Also, dass man später einsammeln kann und so wie God of War, weißt du? Hm. Er ist ja auch Halbgott. Ich glaube, die kennen sich ja untereinander. Das ist auch so. Vielleicht kriegen wir ja gleich solche Ketten. Ich kann die nicht mal kaputt schlagen. Die brauchen zwei Hits auf diesem Schwertigkeitsgrad. Genau. Die haben einfach nur mehr HP. Ja. Jetzt hast du so eine Blitzwache. Den letzten musst du aber noch kaputt machen. Sonst geht der Stein nicht hoch. Die hat Energie. Ja. Die hat Energie. Ja. Zack. Wie soll man das denn einschätzen, wo der hinkriegt? Ja, ist schwierig in 2D-Spielen. Da hast du wieder HP. Ja. Ne, oder so ein Power-Ding. Ich glaube, du so ein Power-Ding. Der Kleine würde ja nichts machen. Hast du vielleicht noch was über sie? Du musst noch eine Puppe einsammeln. Ja. Ah. Jungfrauen retten. Das ist kein Power-Ding mehr. 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 Ne. Anscheinend nicht. Du musst einsammeln. Aufpassen. Ah. Nein. Ist ja eigentlich egal. Brauchst du ja nicht. Wow, wie viele Stücke. Wir haben noch kein H oder so eingesammelt. Ne? Muss man? So wie bei Donkey Kong oder was? Kann man. Gibt es? Ne. Ich habe schon so viel verpasst. Ja, wie? Also, eins weiß ich hundertprozentig, da gerade eben, wo ich nicht hoch gekommen bin. Da ist auf jeden Fall noch so ein Haar auf jeden Fall. Was machst du da? Hol dein Schwert! Ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel. Oh. Du hast ein Leben gefunden. Mit drei, glaube ich. Oder? Ne. Aber nun spielst du in der Eldenliga! Wann bekommt man ein Leben? Ähm. Keine Ahnung. Also, ich habe... Das ist jetzt gerade nicht krachlich, was ich aufgefallen habe. Irgendwas blow ist voll slow. Und zack! Eine Base. Was hat die jetzt überhaupt? Wow. Wow. Oh, verzieht euch mal. Was ist nicht schlimm, dem Gegner? Was ist nicht schlimm, dem Gegner? Da ist ein Feuerschild. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Ich glaube, das ist ein Checkpoint, ne? Wenn der Typ da steht. Doch warte, das muss er allein schaffen. Konzentration! Denk nach! Köpfchen! Köpfchen! Oh man. Da schaust du das rüber? Jetzt stirbst du. Durchrennen, oder? Und hoffen, dass es nicht mehr... Da! Was schaust du denn da hoch? Oh man, wollen die nicht verarschen? Wie viele gibt es denn davon? Ja, wie soll man denn da hoch? Vielleicht musst du auch die Dingens da aktivieren. Den Hintergrund zerstören. Vielleicht rollt er ja was her. Versuch mal, kannst du auf die ziehen? Was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Okay, das ist so ein Rundumschlag. Regel Nummer 96, zielen! Wo ist das für ein Scheiße? Hast du, glaub ich, gar nicht mehr. Ich glaub, man hat nur das letzte. Man, die sind voll geringlich auf. Ich verdiene so viel Leben, glaube ich. Aber nur wenn ich... Dem bleibt dann Nerven die aufkommen. Okay, mal gucken, was der sagt. Regel Nummer 95, kleiner! Konzentration! Ja, Konzentration. Ich glaub, die geben dir keine Tipps. Ich glaub, auf anderen Schwierigkeitsgraden wären hier Tipps. Also im Tutorial Level, klar. Ich glaub ja, dass das irgendwas hiermit zu tun hat. Weil die sich hier auch immer aufstehen oder nackt wird. Aber nur ruhig bisher. Du kannst höher springen, wenn du dich vorher geduckt hast. Hm. Doppelsprung hast du nicht drauf, ne? Nein. Tja, die erste Hürde hier schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist jetzt hier vorbei. Wie kommt man hier vorbei? Ist das vielleicht ne Arme? Nee. Ich glaub, ohne Tutorial. Wo die Steuerung erklärt wird, kommst du jetzt nicht weiter. Es ist bestimmt irgendwie... Regel Nummer 95, kleiner! Konzentration! Wo geht denn? Hm. Regel Nummer 96, Zielen! Okay. Okay. Steine kann man nicht kaputt machen. Ja. 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 So sind Spiele aus den 90ern. Wie Vice City, das beste GTA. Das ist nicht besser als San Andreas. Doch. 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 Nein. Ich hab keine Ahnung. Nein. Nein. Du bist in einem Falschmihonert aufgeräumt. Nein. Doch. Glaub mir. Ja. Es war Andreas das beste gewesen. Schon immer. Nein. Ich seh dir viel viel cooler. Er hatte schon Hawaii Hemden. Ja und? Was hast du? Nackte Oberkörper mit Tattoos. Ja. Hetero nackte Oberkörper. Meinst du? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja. Wenn du mein Handy findest. Könnte ich nebenbei mich sehen. Ein bisschen gucken. Guck ich wie du weiterkommst. Okay. Dann tanze ich eben. So Co-Pilot-mäßig. Warum? Die Stelle sollten wir schneiden. Das können wir den Zuschauern nicht antun. Gucken dann. Unnütz. Könntest du auch neu drehen. Dann müssen wir von vorne anfangen. Das sind zwei Minuten. Eigentlich. Ja. Aber. Ich wundere mich, dass die Steuerung nicht erklärt wird. Ich lieg glaube ich echt am Schwierigkeitsgrad. Jetzt hätte ich das Ding nicht nehmen dürfen. Das war vollkommen falsch und jetzt kommt man nicht mehr weiter. Wozu platzieren die das dann da? Wenn solche Dullis wie dich das benutzen und nicht weiterkommen. Ja, das kann sein. Guck einfach mal auf Youtube dieses eine Video. Wege Nummer 95 Kleiner! Konzentration! Spuss! Wer sch hat einer in eineinhalb Stunden gezockt? Ja, das wirst du nicht mehr in eineinhalb Stunden packen, würde ich mal sagen, wenn du hier jetzt schon 20 Minuten warst. Es geht, es geht. Ich würde die anderen einfach durchbauen. Hier, oh, ich habe genau die Stelle gespult. What? Ach, der hat jetzt den Stein geschoben, oder was? Hehehehe. Ja. Daddy. Ja. Tja, jetzt sind wir schon weiter. Wie ist die Steuerung so? Ja, das ist ganz cool. Ja, ich würde jetzt nichts versuchen, aber negativ auffallen sollte. Ich glaube, du musst die Dinger da hochklettern. Die, die Säulendinger, diese, wo du dich dranhangeln musst. Hier, da, die. Ah, okay. Jo. Wo soll das kriegen? Alle Raben zuerst kaputt schlagen. Bis dann bin ich tot. Ja, du musst auf jeden Fall komplett durch. Dich hangeln. Kommst du jetzt nicht dran vorbei. Du musst auf die Kommentare hin. So, kannst einfach warten, Alter. Stirbst noch an denen, ey. Du kannst es, glaube ich, ohne Sprung schon, kannst du die erreichen, wenn die runterkommen. Jetzt kann ich an einer Stelle stehen. Den letzten kann ich auch mit Sprung machen. Jetzt kannst du in Ruhe da hochklettern. Oh. Nein. Oh, geil. Okay, hat ein bisschen lange gebraucht, um K.O. zu gehen. Ja. Ja. So. Ich hätte gehofft, aus dir wäre man ein wirklicher Held. Jetzt bin ich ein Kartoffelheld. Ja. Das verletzt den Spieler am meisten. Drei FPS. Best gehabt. Also wenn du willst, können wir den Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Ja, ich schätze, dass wir sinnvoller sind. Ich könnte es auch rausschneiden. Die Stelle, wo du den Schwierigkeitsgrad raus runter machst. Ne, ich glaube dann, das wird, glaube ich, auch fallen. Wir müssen einfach ehrlich sein und sagen, hey. Ich bin nicht mal halb so gut, wie ich gedacht habe. Mitten. Nein, Anfänger will ich immer nicht. Drei, ganz Standard. Ja. Wir haben nicht mal ein Passwort bekommen, oder? Ne. Wollen wir uns abwechseln? Ja. Spiel du die Level durch? Oder soll ich? Ist mir egal. Ich bin eigentlich auch. Ja, dann mach du die nächste Schwierigere. Dann bin ich jetzt dran. So. Ich spüre meine Beine nicht mehr, ey. Alter. Wir könnten Mario zocken, wenn du willst. Zu zweit. Jetzt habe ich mit Adil angefangen, aber der kommt ja eh alle drei Wochen, vier Wochen. Ja, lass uns jetzt mal Hercules durchziehen. Ja, ist klar. Eine Tour ins. Sonst Crash. Crash wäre nicht gut danach. Dann hast du auch abstimmen über YouTube. Hast du viel? Huh? Ah ja, dann kannst du doch springen, ne? Ne. Da ist doch das Hase. Ne. Ach da. Goldene. Yeah. Havi. Hetero. Oder Homo. Oder Homo. Oder Homo. Oder Homo. Das kann man aber echt... Ja. Oder das. Kann man echt voll schwer einschätzen bei einem 2D-Spiel. Auf mit dir. Hoch mit dir. Woah. Weil die... Und dann kannst du noch wieder... Hä? Tja. Die mögen mich. Mehr oder weniger.